Achtung, meine Lieben! Das hier ist eine wahre Geschichte. Ganz bestimmt. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Jean de Montville und ich bin ein großer Reisender. In diesem Buch hier könnt ihr es sehen. Und wen ich nicht alles getroffen habe auf meinen Reisen? Die merkwürdigsten Tiere. Tiere mit sehr, sehr langen Hälsen, Drachen und Pferde mit nicht nur einem, sondern gleich drei Hörnern auf der Stirn. Aber auch Riesen, Vogelmenschen oder Einfüßer, die nur einen einzigen riesigen Fuß haben. Sie sind damit schneller als alle anderen. Und wenn sie sich auf den Rücken legen, dann spendet der Fuß ihnen Schatten. Und Menschen mit Gesichtern, die aussehen wie Teller ohne Nasen und ohne Lippen. Brrr, gruselig. Schaut mal! Diese merkwürdigen Wesen hier, die habe ich auf einer Reise in den ganz fernen Osten gesehen. Da zweifelt ihr vielleicht. Aber ihr wisst doch, dass man auf Reisen die seltsamsten Leute trifft. Auch wenn die schrägsten Vögel dann am Ende aus der eigenen Nachbarschaft kommen und sich als, naja, als Kegelklub aus Süls oder sowas herausstellen. Aber diese Hundsköpfigen, die gibt es wirklich. Ich muss es wissen. Ich war ja in ihrem Land. Meine Freunde aus der gelehrten Welt, die nennen solche Wesen Kynokephale. Das kommt aus dem Griechischen. Von Kyon, das ist der Hund. Und Kephalos, der Kopf. Über diese Kynokephale ist früher schon berichtet worden. Die antiken Schriften erzählen von ihnen. Aber ich? Ich habe sie gesehen. Live und in Farbe. Sie leben auf einer Insel namens Makameron. Das könnte die Inselgruppe im Indischen Ozean sein, die ihr heute als Nikobaren kennt. Auf dieser Insel laufen die Hundeköpfigen fast nackt umher. Nur ein Tuch tragen sie um die Hüfte. Sie beten einen Ochsen als Gottheit an. Und deswegen tragen sie auch alle einen Ochsen aus Gold oder Silber auf der Stirn. Dieses wilde Völkchen kämpft gerne. Mit großen Schilden und langen Lanzen. Und wenn sie Feinde gefangen nehmen, naja, dann fressen sie sie auf. Ihr König ist mächtig und besitzt einen riesigen Rubin. Den trägt er immer bei sich. So können ihn seine Untertanen daran erkennen und gehorchen ihm. Praktische Sache. Aber warum nicht einfach eine Krone nehmen? Selbst der Herrscher der Mongolen, der große Khan, ist neidisch auf diesen Schatz. Er hat deswegen auch schon Krieg mit den Hundeköpfigen geführt. Aber der König von Makameron gibt den Rubin nicht heraus und verkauft ihn auch nicht. Und jetzt sag ich euch mal was. Obwohl die Hundeköpfigen Ungläubige und Menschenfresser sind, verurteile ich sie nicht. Ihr König ist gerecht und sein Land sehr sicher. Das sollte man mal von unserem hier sagen können. Und außerdem, so ganz einig sind sich die Gelehrten auch noch gar nicht, wie man dieses merkwürdige Volk im Osten begreifen soll. Für manche sind sie Heiden. Und das glaube ich eigentlich auch. Manche aber halten sie auch für Christen. Deshalb wird der heilige Christophorus auch manchmal mit einem Hundekopf dargestellt. In den Legenden der Kirche des Ostens war er zuerst ein hundeköpfiger Menschenfresser mit dem Namen Reprobus. Dann wurde er auf den Namen Christophorus getauft und später sogar zum Heiligen. Woher diese Geschichte kommt, kann ich euch nicht erklären. Vielleicht hat das etwas mit dem alten ägyptischen Gott Anubis zu tun. Der hatte jedenfalls einen Schakalkopf. Aber nichts genaues weiß man nicht. Ganz ehrlich. Aber wenn ihr noch mehr über die hundsköpfigen und über all die anderen wundersamen Wesen wissen wollt, die ich auf meinen langen Reisen gesehen habe, da hab ich einen Lektüre-Tipp für euch. Einfach mein Buch kaufen. Lohnt sich. Ihr glaubt das alles nicht? Ihr glaubt, ich flunkere mir das alles nur zusammen? Habt zu viel antike Schriften gelesen? Dann schaut euch doch um. Alle meine Zeitgenossen haben steif und fest geglaubt, dass es solche Wesen gegeben hat. Die antiken Schriften haben es bezeugt. Und sogar Ibn Battuta, der große marokkanische Reisende, hat von Menschen mit Hundemündern erzählt, die er auf einer Insel namens Baranaka gesehen haben will. Nur ein paar Jahrzehnte vor mir. Und überhaupt. Wisst ihr eigentlich, wie oft mein Buch abgeschrieben und später sogar gedruckt worden ist? Wen schert es da, dass ich vielleicht etwas übertrieben habe? Oder dass es mich vielleicht gar nicht gegeben hat? Dem Mittelalter jedenfalls habe ich manche schöne Geschichte erzählt. Und wenn ihr es zulasst, dann erzähle ich sie euch auch. Jings in der Windowucah ... Jasper nicht in der Flussung. Wenn sie dir die WeltOGRAID ausciiernitzen, willst du sechs Minute und da auch mal nachdenken? Vielen Dank.